So, müsste man jetzt wieder hier sein, denke ich mal. Zugangshalle F der Hyperion, 4.14 Bortszeit. Erstmal einen tiefen Schluck nehmen. Dann müssen wir mal wieder den Scheißmechaniker rufen. Ich bringe düstere Kunde. Ich blickte hinter die Schleier der Zukunft und sah dort nur Dunkelheit. Doch ein Funken Hoffnung bleibt. Ihr werdet ihr Leben in Händen halten. Auch wenn allein der Tod die gerechte Strafe für ihre Verbrechen sein mag, kann nur sie uns retten. Moment mal. Sprichst du etwa von Kerrigan? Das ist vier Jahre her. Du taust einfach hier auf und... Die Zeit brennt. Ihr werdet verstehen. Dies wird die Antworten auf eure Fragen. Erschließt das Geheimnis. Das Schicksal aller steht auf dem Spiel. Hat mich auch gefreut. Von diesen Geheimtesthallen habe ich vorher schon mal gehört. Angeblich ermöglichen sie es einem, die Erinnerungen von jemand anderem noch einmal zu erleben. Was immer Zerratol entdeckt hat. Wollte er mich auch unbedingt sehen lassen? Dann würde ich wohl mal einen Blick riskieren. Ob das wirklich so eine gute Idee ist. Und willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2. Dir scheint es jedoch keine Angst zu machen. Du bist ein wirklich interessanter Mann, Jim Raine. Du verstehst mehr von den Fotos oder den Zerk als irgendeiner dieser Experten, von denen ich gelesen habe. Ja, das mag wohl sein. Über den Kristall im Labor können Sie auf Zerratols Erinnerungen in Form zusätzlicher Missionen zurückzugreifen. Klicken Sie mit der linken Maus auf den Kristall, um Zerratol-Missionen zu starten. Ähm... Klingt ziemlich interessant. Diese Artefakte hier zu haben, macht mich nervös. Kannst du mir mehr, was sie sagen? Es ist interessant. Das eine von Xil ist anders als die anderen. Dennoch, ich glaube, dass sie alle früher einmal eine Einheit gebildet haben. Du meinst, sie gehören zusammen. So scheint es. Es ist nur eine Theorie, aber fest steht, dass die Artefakte, die wir gesammelt haben, zueinander hingezogen werden. Eine Art harmonische Resonanz. Angesichts der übergeordneten linearen Ausrichtung angrenzender Objekte, denke ich, dass sie sich unter der richtigen Feldanpassung wie Magneten gegenseitig anziehen werden. Okay. Na, richte mal lieber nichts auf nur einen Austag. So wie Sie gerade sind, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja gut, dann gehen wir mal auf die Forschungskonsole, bevor wir in die nächste Mission gehen. Mission. Versorgungsdepots können sofort gebaut werden. Das machen wir. Dann müssen wir nämlich nichts mehr bauen. Protostank. Okay, aber das tut mir leid, Leute, aber das lese ich mir nicht durch. Jetzt haben wir schon drei von diesen Artefakten auf meinem Schiff. Wann liefern wir die vergangenen Dinger endlich ab? Ja, das könnte ein bisschen schwierig werden. Ich habe gehört, die Zerg haben das Forschungszentrum von Möbius auf Tyrador angegriffen. Ich verstehe das nur nicht. Hinter was ist die Königin der Klingen her? Da gibt es keine Artefakte. Wenn diese Eierköpfe nicht durchhalten, bis wir auftauchen, werden wir es wohl nie herausfinden. Lade die Daten in die Sternenkarte. Sieht aus, als stünde heute eine klassische Rettungsaktion auf dem Plan. Diese Eierköpfe. Hier ist Donny Vermillion, live für UNN. Heute Abend im Programm. Die Zerg-Invasion. Der Schlachtverlauf bisher. Die Therwanische Liga hält der Aggression der Zerg unbeugsam stand. Die Produktion wurde in allen Bereichen gesteigert. Die Anzahl der aus dem Strafvollzugssystem eingezogenen Soldaten ist angestiegen. Und die Space Marines sind bereit, sich in den Kampf zu stürzen. Die Zerg werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Donny, gab es Verlautbarungen, wann mit einem Gegenangriff auf die Zerg gerechnet werden kann? Kate, wenn ich dazu Stellung beziehen würde, würde ich wichtige militärische Geheimnisse preisgeben. Glauben Sie etwa, die Zerg verfolgen unser Programm? Ich weiß, dass Sie es tun, Kate. Ich weiß es. Tja, wir machen die Nachrichten, Leute. Das war Kate Lockwell für UNN. Die bummst den aber auch in den Arsch. Wahnsinn, dieser Donny Vermillion pisst mich auch an. Mit den Belagerungspanzern fahren wir jetzt richtig schweres Gerät auf. Ach ja, das bereudende Donnern schwerer Geschätzle. Naja, wir müssten so lange sie auf unserer Seite sind. Außerdem ist die Standardkanone der neuen Panzer jetzt effektiver. Zusätzlich dazu sind sie stärker gepanzert. Hauptsache, sie haben im Belagerungsmodus noch immer die gleiche Reichweite. Der Rest ist egal. Mit Bunkern und Belagerungspanzern können wir die Stellung gegen so ziemlich alles halten. Recht hat er da aber. Erhöht Schaden vom Belagerungspank. Aha. Die Schockkanone richtet 75% weniger Schaden bei einzelnen Verbündungen. Ja gut, dann versuchen wir uns einfach mal an den Protoss-Missionen. Die habe ich auf die, jetzt habe ich auf den Schwanz. Reynor, die Blutrunde der Leere nahen. Ich übertrage meine Erinnerungen, die Essenz meines Seins, in diesen Kristall. Auf das ihr sehen werdet, was ich gesehen habe. Auf das die Zukunft nicht ohne Hoffnung sein möge. Vamos! Weiß ich nicht. Freund Reynor, lange ist es her, dass wir gemeinsam den Schwarm bekämpften. Seither durchwanderte ich die Leere in Einsamkeit. Auf der Suche nach einer uralten Prophezeiung, die angeblich die Rückkehr der Xel-Naga voraussagt. Meine Suche führte mich auf eine entlegene Welt namens Ulan. Wo ich Teile der Prophezeiung fand. Doch war ich nicht der Erste, der sie entdeckte. Nun liegt es bei euch, alter Freund, meine Erinnerungen zu durchleben und zu verstehen. Ach, es reicht also nicht nur, dass ich sie durchlebe, sondern ich muss sie auch kapieren. Nee, das geht nicht, kein Bock. Das ist mir zu viel Aufwand. Der Zergschwarm kam wie prophezeit. Und die Protoss, erstgeborene der Götter, stellten sich ihnen. Die Xel-Naga, unsere Schöpfer. Nun kehren sie zurück. Doch bedeuten sie Rettung? Oder Untergang? Episch. Einfach nur episch. Deine Die Yen Deine Ich wusste, du würdest hierher finden. Mit der Zeit. Eure bloße Anwesenheit entweiht diesen Ort, Kerrigan. Hörst du sie, Zeratul? Ihr Flüstern in den Sternen? Ihre Ankunft wird die Galaxie entflammen. Möglich. Doch werdet ihr es nicht erleben. Bitte. Unser kleiner Streit ist bedeutungslos. Ein Sturmzicht auf, den nichts aufhalten kann. Wie passend, dass ihr zusammen ausgelöscht werdet. Niemals! Niemals! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war jetzt gerade mega unlogisch. Im Kampf gegen Kerrigan teleportiert er sich immer weg, ne? Aber hochklettern muss er trotzdem. Das ist an manchen Stellen komisch, aber... Leute, das war doch mal ein geraden episches Video. Gefällt mir immer wieder. Ich glaube, zum dritten Mal schau ich mir das jetzt an. Ne, ich stehe halt voll auf diesen Zera-Tool. Einer meiner Lieblingsspieler. Kann man nichts ändern. Deswegen spielen wir jetzt auch die Protoss-Dinger. Im Dienste are yours. Wir müssen handeln. Die Prophezeiung wurde in Fragmente geteilt und jedes Fragment an einem anderen Schrein aufbewahrt. Ich muss sie an mich nehmen und diese Welt schnellstens wieder verlassen. Ja. Dieser Abgrund ist gewaltig. Glücklicherweise kann ich die Schatten nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Glücklicherweise, ja. Die Balance wird wiederhergestellt. Euch gehört meine Ergebenheit. Ehre den Erstgeborenen. Na, dann machen wir das jetzt mal. Beziehungsweise, warum muss ich das zerstören? Ich hätte doch einfach auch so machen können. Naja, egal. Sporenkrabbler können meine Präsenz ausdecken. Ich sollte sie in einem leeren Gefängnis einschließen. Mach kaputt, Junge. Komm schon. Ha. Das war's für euch. So. Was haben wir noch? Ich werde meine Stimme erfüllen. Aha. Ehre den Erstgeborenen. Ja, mach mal so. Mach mal so. Das war ziemlich blöd von mir. Ha. Wir müssen handeln. Gräbt sich da gerade ein Ultralisk ein? Weil er Angst hatte vor mir. Ja, gut. So kann man das natürlich auch sehen. Ayur wird wieder auferstehen. Deine Mutter wird wieder auferstehen. In Arudin Rashagal. Aha. Dieser Sporenkrabbler kann mich von der anderen Seite des Abgrundes aus aufdecken. Ja, ja. Er muss zerstört werden. Das hat ihm jetzt aber auch nicht so viel geholfen. Ach, kommt schon, Leute. Dieser Overseer kann meine Tarnung durchschauen. Am besten schließe ich ihn in ein leeren Gefängnis ein, bevor ich den Abgrund überquere. He, he. Tod und verdorben. Tod und verdorben. Oh yeah, Baby. Das erste Fragment der Prophezeiung. Bald wird alles offenbar werden. Ja, was sagt's uns? Warum ergibst du dich nicht einfach dem Vergessen, Zeratour? Wäre es nicht einfacher, deine Mühsal hier zu beenden, statt dem Ende deiner ganzen Spezies beizuwohnen? Diese unheilvolle Prophezeiung lässt mein Herz schwer werden. Ich sollte besser die verbleibenden Schreine suchen, bevor sie es sich noch einmal überlegt, ob sie mich leben lassen, will ich sagen. So viel zu Carrigans Gnadenfest. Ja, dann macht ihn mal kalt, Jungs. Ich werde alles erfüllen. Im Dienste are yours. Ich grüße euch, Ahamna. Wir stehen in Diensten des Hohen Templers Karas. Er ist nicht fern von hier. Eure Anwesenheit ist mehr als willkommen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Ja, das sollten wir. Das ist auch schwer. Oh. Erlaubt uns, ihre Verteidigung zu zerstören, bevor wir uns weiter voranwagen. Sprecht ihr mich an? So, mein Freund, jetzt wartest du mal hier kurz. Im Dienste are yours. Bevor wir hier irgendwas machen. Ich bin das Herz der Finsternis. Schossack Mock Null. Jaja, deine Mutter kann mich auch mal kreuzweisen. Wir müssen dieser Brutlord Patrouille mit Vorsicht begegnen. Aha. Oder wir werden in Stücke gerissen. Kalt ist noch die Höre. Ja, gut, dann begegnen wir ihr mit Vorsicht. Ich werde eine Lösung finden. Indem ich diesen verfickten Overs hier... Das hat mir jetzt aber auch gar nichts gebracht, gerade. 1. Mach die kaputt, Jungs. Kommt schon, Jungs. Alter, Lahn, diese Engines. Ja, ich glaub, das tut er. Im Dienste... Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Ja, wüsst du das? Mach das bitte ohne mich. Äh, mit mir nicht ohne. Scheiße, ohne ist nicht so gut. Chance. Ich bin die Stimme. Da haben wir einen Ersatzkämpfer bekommen. Schreibt ihr mich an? Ich hab's. Ein Luftangriff steht bevor. Macht euch bereit, meine Brüder. Ja. Das... willst du nicht tun? Wir dürfen nichts haben. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Ja, das kannst du gerne machen. Ach, fick dich doch, ganz ehrlich. Da muss ich da jetzt nochmal hochrushen. Mal schauen, ob ich hier ein bisschen alleine was machen kann. Die Königin der Klingen hat hier Brutstätten errichtet. Sie will diese heilige Welt unter ihre Kontrolle bringen. Ja, gut, dann muss man jetzt erstmal... Ich werde diesem Plan ein Ende bereiten. Ja. Dafür müsstest du mir erstmal... Ah, ha, ha, ha. Der mir den Gefallen tatsächlich gemacht. Ich werde Erlösung finden. So. Hier geht's weiter. Hier seid auf mich angewiesen. Die Boys, könnt ihr das Ding abknallen? Oh ja, super. Noch besser. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. So die Ehre... Ja, ha, du kannst dich nicht mehr bewegen, du sacksig, du. Sprecht ihr mich an? Äh... Schossack Mock Null. Ja! Wen soll dich denn sonst ansprechen, du Sackgesicht? Ich bin das Herz der Finsternis. Jetzt komm her. Arschloch. Dich muss man abknallen. Faszinierend. Ja, ja. Schwer wiegt meine Bürde. Ja, ja, deine Bürde. Ich werde Erlösung finden. Ja, ja, deine Bürde, die ist schon richtig schwer. Äh... Hat die Killage einer... Ich weiß es nicht was. Jungs, wollt der Zeratun vielleicht noch durchlassen, ihr Motherfuckers? Schwer wiegt meine Bürde, die sind eins mit den Schatten. Ich werde Erlösung finden. Das ist... Schossack Mock Null. Sprecht ihr mich an? Ha! Mach sie platt, Junge! Mann! Platt. 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 Ja, du wirst die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Ich nicht. Jetzt höre ich mir erstmal deine zweite Forschungsscheiße an und dann mach mal schnell hopp, 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 hopp. Der zweite Teil der Prophezeiung. Meine Aufgabe ist fast vollendet. Ja, und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge, Leute.